In diesem Video geht es um die besten Hartschalenkoffer. Der Qualitätssieger in unserem Hartschalenkoffertest geht an den Bugatti Galatea. Galatea ist eine sehr expressive Serie mit großem Bugatti-Logo, welches aufwendig auf der Kofferschale hochgeprägt wird. Diese sportive Serie wird angeboten in Weinrot und Schwarz. Die Oberfläche der Koffer ist fein strukturiert und unterstreicht die Hochwertigkeit der Produkte. Der widerstandsfähige ABS- und Polycarbonat-Mix sorgt für Leichtigkeit und lange Lebensdauer der Produkte. Leichtgängige und bequem sind die vier Gummiärten-Spinner Leichtlaufrollen. Sie sind 360 Grad drehbar und sind besonders leise und wendig. Die integrierte vollversenkbare Teleskopstange ist mehrstufig arretierbar. Dadurch lassen sich die Koffer mit geringem Kraftaufwand schieben oder ziehen. Ideal ist das flach verbaute TSA-Schloss mit dreistelligem Code, welches den Inhalt der Koffer vor Zugriffen durch Unbefugte sichert. Ein zusätzlicher Griff am Kofferboden erleichtert das Ein- und Ausladen. Die durchdachte Aufteilung im Innenraum mit großen Reißverschlussfächern sorgt für beste Praktikabilität und Ausnutzung des Stauraums. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der WIDA XL Hartschalenkoffer. Egal, ob sie auf eine Geschäftsreise oder in den Urlaub fahren, dieses attraktive Hartschalen-Trolley-Set sorgt dafür, dass sie alles, was sie brauchen, einpacken und bequem mitnehmen können. Dieses Reisekoffer-Set verfügt über robuste, langlebige ABS-Hartschalen und Sicherheitsschlösser, um den Inhalt sicher und geschützt aufbewahren. Die internen Spanngurte sorgen dafür, dass ihre Artikel gut organisiert und an Ort und Stelle bleiben. Jeder Trolley ist mit einem Tragegriff an der Oberseite sowie vier 360-Grad-Rollen ausgestattet, die ihnen ein komfortables Reiseerlebnis bieten. Darüber hinaus ist dieses Trolley-Set äußerst langlebig und leicht, daher ein großartiger Begleiter für jede Reise. Die Lieferung umfasst drei Trolleyes in verschiedenen Größen. Die kleineren Trolleyes können platzsparend in den größeren verstaut werden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Hartschalen-Koffer-Test ist der Amazon Basic Hartschalen-Koffer. Dieser Amazon Basics Hartschalen-Trolley ist mit einer Höhe von 68 cm etwas zu groß als Handgepäck, aber toll als kleineres, leichtes Gepäckstück zum Aufgeben. Hervorragend geeignet für drei bis fünf Tagesreisen und bietet genügend Platz für zwei oder drei Kleidergarnituren, Pflegeprodukte und einige Schuhe. Der 68 cm hohe Trolley verfügt über einen strapazierfähigen, zuverlässigen Reißverschluss und dank optionaler Vergrößerung bis zu 15% mehr Fassungsvermögen, wenn sie mehr Platz benötigen. Der Amazon Basics Koffer verfügt über eine schützende Hartschale für Stärke und Stabilität, damit die darin transportierten Gegenstände nicht kaputt gehen. Die strapazierfähige, kratzfeste Oberfläche des Hartschalen-Koffers bietet zusätzlichen Schutz und lässt ihr Gepäckstück auch nach strapaziösen Reisebedingungen wie neu aussehen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.